Elektromobilität, Energiespeicher der Zukunft, Industrie 4.0, intelligente Werkzeuge, individualisierte Medizin, Präzisionsoptik für Weltraumanwendungen. Am Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST in Braunschweig bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Branchen. Unsere Forschung umfasst die Anlagentechnik, gesamte Prozessketten der Verfahrens-, Prozess- und Fertigungstechnik bis hin zur Betrachtung ganzer Fabriken. Ausgehend von den Anforderungen der Nachhaltigkeit haben wir den gesamten Produktlebensweg im Blick. Vom Werkstoff über den Prozess zum Bauteil und Produkt bis hin zum Recycling. Unser Projekt SafeWater Afrika, gerade ausgezeichnet mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label, ist hierfür ein wegweisendes Beispiel. Gemeinsam mit Partnern in Afrika vor Ort haben wir Prototypen entwickelt und getestet, mit denen wir dezentral auch in ländlichen Regionen Wasser reinigen und desinfizieren können. Durch unsere diamantbeschichteten Elektroden funktioniert das Ganze ohne Chemie und besonders umweltschont. Für vielfältige Anwendungen wie diese entwickeln wir gezielt Prozesse und Anlagen. Und das nicht nur in der Diamant-Technologie. Ein Highlight ist unsere EOS, eine Plattform für die Produktion von Schichtstapeln für optische Filter, wie sie beispielsweise für Sensoren in Maschinen, für Komponenten der mobilen Kommunikation oder für Weltraumanwendungen benötigt werden. Eine weitere Beschichtungsanlage am Standort basiert auf der örtlichen Atomlagenabscheidung. Hiermit können hoch uniforme Schichtsysteme für 2D- und 3D-Bauteile erzeugt werden, die in der optischen Industrie, in der Medizin- und Pharmabranche sowie für Batterie- und Wasserstofftechnologien eingesetzt werden. Die Beschichtungsprozesse binden wir in Prozessketten ein und demonstrieren sie auch im industriellen Maßstab bei unserem Institut. In unseren Hallen haben wir eine ganze Modellfabrik und stellen diese dann auch für unsere Kunden zur Verfügung. Die Prozesskette beginnt mit der Reinigung als Voraussetzung für Haftfestigkeit und Funktionen der Beschichtung. Von diesem Prozess haben wir ein digitales Abbild erstellt. Mit solchen digitalen Zwillingen können wir Prozessketten am Rechner optimieren, aber auch Prozesse direkt steuern. Nach der Reinigung erfolgt die Beschichtung. Hier entstehen smarte Oberflächen für robuste, tribologische, das heißt reibungsbeanspruchte Systeme. Mit unserer Prüftechnik und verschiedenen analytischen Methoden überwachen wir die Qualität unserer Beschichtungen. Mit einem spezialisierten Raster-Elektronen-Mikroskop, kurz FIP, sind wir in der Lage, sogar unter die Oberfläche von Materialien zu blicken, um feinste Strukturen oder Defekte zu charakterisieren und zu verstehen. Am Fraunhofer Projektzentrum für Energiespeicher und Systeme CES entwickeln wir nachhaltige Energiespeicher der nächsten Generationen und führen diese zur Marktreife. Unsere Forschungsthemen reichen von der Materialentwicklung bis hin zur digitalen Auslegung der Gesamtfabrik. Dabei betrachten wir den gesamten Lebensweg vom Rohstoff bis zum Recycling unter technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Durch die regionale Vernetzung mit der Technischen Universität Braunschweig, dem städtischen Klinikum Braunschweig, dem Wasserstoffcampus in Salzgitter oder der Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg erschließen wir immer neue wichtige Zukunftsfelder, die uns gemeinsam zum Beispiel in den Schwerpunkten Energiespeicher, Wasserstofftechnologien, nachhaltige Mobilität oder nachhaltige Produktion sowie Medizin und Pharmatechnologie zum wichtigen Partner der Industrie machen. Gemeinsam mit dem Zentrum für Pharmaverfahrenstechnik PVZ der Technischen Universität Braunschweig entsteht gerade ein einzigartiges Translationslabor für individuelle Arzneimittelproduktion. Zukünftig sollen so Dosis- und Wirkstoffkombinationen in jeder einzelnen Tabette gezielt auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten werden. Am Framhofer IST erschließen wir die Potenziale für zukunftsfähige Produkte und zugehörige wettbewerbsfähige skalierbare Produktionssysteme. Wir freuen uns zusammen mit Ihnen die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.